Um eine größere Aufmerksamkeit für das Thema Fair Fashion zu schaffen, wollte ich aus meinem Blog ein faires Blog machen. Jedoch fand ich es schwierig, mir schnell einen guten Überblick zu verschaffen. Daraus entstand dann die Idee, einen Feedreader zu entwickeln. BlogFairies ist ein kuratiertes Verzeichnis von nachhaltigen und fairen Blogs. Nutzer und Nutzerinnen müssen so nicht mehr lange nach aktuellen Blogbeiträgen suchen und haben eine vertrauenswürdige und unkomplizierte Orientierungshilfe rund um das Thema faire Mode. Vor der Aufnahme in den Feedreader müssen die Blogs verschiedene Prüfungskriterien durchlaufen. Diese Kriterien habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickelt. In erfolgreich geprüfte Blogs erhalten ein Siegel. BlogFairies soll genauso selbstverständlich aufgerufen werden wie Feedreader für konventionelle Fashion- und Lifestyle-Blogs. Damit wollen wir fairen Blogs ein starkes Standing geben und dazu beitragen, nachhaltige und faire Mode aus ihrer Nische zu holen. Bis zum nächsten Mal.